Das Ding ist, in der Situation eben kann es ganz gut sein, dass ich, weil für mich hatte ich das, dass ich ihn hab so eine halbe Sekunde gesagt, bevor es von dir bei mir ankam, aber durch das Delay kann es halt gut sein, dass es dann bei dir in dem Moment ankam von mir, als ich es weiß, wie gesagt, du sprichst manchmal gefühlt extrem leise, also manchmal verstehe ich kein Wort von dem sagst, was du sagst. Wenn du es sagst und ich es gleichzeitig sag, dann kann es halt sein, dass du es so oder so nicht würdest. Ja, doch, eigentlich höre ich das ja, weil ich höre fast... Okay. Also ich hab's schon genau genug gesagt, scheinbar. Ja gut. Also ich hab's halt überhaupt nicht gehört. Das war's halt wirklich. Oh, fuck! Ah, scheiße, einfach scheiße. Geht richtig. Armin, wahrscheinlich nicht gut genug. Oho. Okay. Ist das in auf der Seite? Hm. Ich hab kein Tor. Ah, okay. Ich hab den. Ich hab den. Ich hab den. Er fliegt. Ich schau drauf. Oh. Hier. In der Mitte. Shit. Oh! Ja, da war ich leider schon abgedreht, als es da nichts mehr kam. Zu früh, okay. Ja. Auch die Gegner kein Fehler waren. Okay, pass. Danke. Schöner Pass. Ich dachte, das wäre einer von euch, aber okay. Nein. Ja. 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 War lieber das mal. Shit. Weiß nicht was dieser Weez zu da immer versucht will. Ja. Ich weiß es schon, aber.. Ja eben. Ich weiß je ob das so arg auf der Fährt ja noch einer Merkoy den. bring ihn nur runter nein entschuldige ich bin im tor ich hab nicht gesehen dass schon einer wieder bei denen war ich bin im tor ich bin im tor ich bin im tor ja dieser wiese der ist relativ häufig da ich bin im tor ich bin im tor ich bin im tor ach scheiße ok klappt ich bin im tor ich habe habe ich versuch den mittel zu bringen relativ fix hab ich nicht sorry ok hab ich ach ja hab ich ich bin im weg nach vorne oh leere mitte der wäre nur schnell gekommen oh fuck oh schwannlacki ja das war richtig anlicke gerade uuuhh arschlöcher ey ja reden die dürfen wir auch gerne ein bisschen physischer spielen ach ja sorry weißt du da habe ich ihm extra immer nur den ball abgespielt anstatt ihn mal richtig weg zu picken oh ja sorry moffi wo sorry ah sorry alles gut aber ich hab moffi zum glück gar nicht getroffen ich dachte nicht dass moffi der kriegt in der position ist in heute zu spielen ach dammit sehr gut da hab ich äh häe darf ich oh zumalge darf ich nicht oh äh da darf auch nicht huh hopefully ich wollte ja nichts zerstören darf ich darf ich nisch ah da achso Glaub ich? Ah, ja. Nein. Das war close. Kannst ihn nochmal um... ... hier hoch? Bring ihn runter. Schade. Damn it. Aber schön. Yes! GG, well played. Danke, Weiss. Oh, Platinum 3. Jetzt geht der Scheiß wieder los. Jetzt bin ich Platinum 3 Division 1. Gleich kommt Trudel Platinum 3 Division 2 zusammen mit mir. Ja, wahrscheinlich. Kommt drauf an, ob wir gewinnen. Aber Weiss hat echt gut gespielt, ja. Holy shit. Ja. Immerhin kann man ihn lassen. Ja. Ja. Ach, Mann. Was soll denn das? So, dann können wir nicht wenigstens gemeinsam mit Team 3 kommen. Nope. Also, ich bin freundlich, oder? Ja, ich wollte gerade sagen, Muffy. So, in der Mitte. Okay, jetzt noch mal. Ach, shit. Mitte? Habe ich vielleicht. Nice. Kurzek. Warte. Okay. Habe ich. Aber lasse. Habe ich. Nein. Versuche ich. Ja. Kommt. Ja. Versuche ich. Ja. Weiterhin. Hinten. Ah, shit. Versuche ich. Aber nur ein bisschen. Hinten. Hinten. Du bist. Hinten. 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 Ich habe ihn selber reingemacht, weil ich unlucky dahinter war. Ja. Ja. Da konnte ich heute nichts mehr machen. Wo ich hätte versuchen können, auch gegen die Druck zu geben. Ich fahre die Wand. 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 Ja. Ich fahre drauf. Schön. Hinten. Hinten. Dings. Ah, ich fahre mit. Ah, habe ich nicht ganz gut. Oh Gott. Hinten. Ah, fuck ey. Hinten. 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 Ich hab den. Ich bin extra nicht richtig durchgedrückt. Dachte ich aber auch machen. Hinten. Möte. Ich bin Mütter. Ah, lol. Sorry. Ah. Oh. Oh. Hinten. Hinten. Verstehe. Hinten. 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 Kennt. Hinten. Hinten. bekommen muss den halt da abfangen wo er fast an ja gehofft was ich nicht richtig gut bekommen sorry rechts habe ich bin bitte und Naja ist nachricht versucht zu kriegen die mich es ich versuche ich versuche ihn bitte er hat mich gerammt ich bin auf der anderen seite ich war drauf ich bin auf der anderen seite noch nicht natürlicher wäre es ja gar nicht willkommen jetzt einer kommt ich war drauf oh sorry damit habe ich nicht gerechnet ja alles gut ich wollte ihn erst mal weiterleiten unten kommt einer hinterher ich bin im v oh scheiss ich bin immer noch im v ja ah shit einer hat ihn geht drüber ich war drauf ah shit am besten genau stellen auf die ah shit besser haben ah sorry ah shit ich bleib mal mitte hab ich ich bleib rechts ja ne ich spiel wieder nach rechts und fahr der mitte rechts weiter hab ich nicht oh fuck den hätte ich oh fuck ah shit dachte ich aber habe ich ich hatte ihn auch nicht ich dachte aber safe den habe ich ja ja hm 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 ja doch das muss man jetzt nicht wissen André was denn was denn glaube ich auch jetzt platin 3 mit dem zwischen 2 gewogen werden doch wir gewinnen ja jetzt zweimal wieder hintereinander also bin ich platin 3 geblieben oh das ist mal ein matchup okay ja also das kann man bis mit plätten in 3 plätten in 3 nicht wirklich ausdrücklichen vielleicht haben sie endlich dieses system drin was sie gesagt haben es ist egal was für einen unterring du bist im team du wirst immer nach den höchsten gerankt vielleicht greift es zumindest wenn die ränge so weit auseinander sind keine ahnung besser oder so ich weiß es nicht pass auf den semi pro auf den bug da fu guck ich glaube das geht eh nicht los vielleicht waren die auf blatt 3 division 1 und der gold 2 division 4 oder 6 gold 1 wenn dann ja da war ja bald 1 war der gold 1? ja oh der war halt richtig weit weg der war halt 4 5 divisions weg von uns hm sonst hätte ich es ja vielleicht auch noch verstanden aber so so soll er auch wieder nicht stehen die 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 und für so ein team dann passende gegner zu wissen ist bestimmt auch nicht so einfach die waren kein volles team wollen sie nicht ich dachte ne der eine war ähm der mittlere der zweite platt 3 der war nicht mit denen ein team das war schon ich versuche ihn mitte zu bringen ja er geht von sich aus mitte mit euch schön da kommt die rakete geflogen alter der master alter was ich weiß nicht wie die das gemisst haben schön war wunderschön aus einfach oh hey er sagt mach ich wir sind unfair und der sagt Mavi wir sind unfair was sah ich nicht wow der ist drinnen nee noch nicht ja jetzt ist der drinnen ja aber wieder zurück in's thorn mit dir Ich will nicht gedacht, dass es so schnell escaliert. Was? Es escaliert doch noch gar nicht. Ja, ich meine diese Angriff. Situation, ach so. Das hätte ich auch nicht gedacht. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Schön. Neh mich. Wo haben wir grad beim Denken? Ich bin erst dem einen und dann dem anderen in den Weg gefahren. Riecht nicht gut. Danke. Na, nein. Fuck, hab ich nicht. Ja, I see. Ja, jetzt ja. Jetzt nicht mehr. Ich trudel. Alter. Was tut? Ach du, ich bin zum Herz. Was tut? Ich weiß nicht, was der junge Haus aus. Von mir aus. Ich bin links. Bitte. Ich versuch's, aber ich hab kein Nitro. Ach so. Na dann halt nicht. Immer noch. Na, schöner. 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 Oh, Kada. Schön ist die Walder, wa? Den hat und habe ich. Oh, sorry. Habe ich. Oh, sorry. Ah, ja, ich versuch. Follow up. Oh, oh. Ich hab kein Nitro mehr. Ich hab kein Nitro mehr. So. Alter. Sorry. Sorry. Oh, sorry. Oh, danke. Äh, hab ich. Sorry. Ich hab mal ein Tor kurz. Ein bisschen die Analyse situatieren. Die Situation analysieren, genau. Die Analyse situatieren. Ja, hab ich. Du zu. Huuu, na na eh, da freu ich drauf. Ups, Salat. Ups, Salat, fuck! Ups, Salat, und fuck! Haha, fuck! Ich fahr mal mitte. Ich fahr mal mitte. Ja! Ich geh mitte, ich geh mitte. Nee, ich fahr grau. Ja, du wärst mitte, weil ich... Nee, ich fahr mal mitte. Oh man. Ich fahr drauf. Irgendwo ist das gerade echt nicht mehr richtig. Ja. Ups. Fahr gleich drauf. Oh fuck. Hab ich. Oh, close. Ich fahr drauf. Ich bring den... Oh fuck, nee, kann ich nicht mitte bringen? Ich bin auf dem Weg nach hinten. 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 Ich fahr drauf. Uiuiui. Oh, hab ich. Nochmal mitte vielleicht? Ich versuch's, warte. Ich warte eher links. Ich hab halt immer wieder kein Nitro hier an der Seite. Aber... Brudel macht's schon. Was, meines ist? Der Gegner war drin. Aber meines ist? Ach so. Aha, ich dachte Trudel... Ach so, Trudel war gar nicht dran. Ich war nicht dran. Ich dachte, Maffi wär das gewesen, der da oben geflogen ist am Tor. Und Trudel wär der, der von der Seite gekommen ist. Und hat mich halt grad richtig gewundert, wegen der Situation. Uh. Ah, close. Ich bin Mitte. Also richtiges Mitte. Schön für dich. Oh. Oh. Der Gegner nicht mehr. Der Gegner nicht mehr. What the fuck? Ja, richtig. Der Gegner nicht mehr. Rechts. Aber ich versuch, den Hut zu spielen zu uns. Aber ich kann leider nicht mehr erinnern. Oh, das tut mir echt. Das war grad ein bisschen echt übel. Angriffeneid. Aber... 100% nicht. Ach so. Ja. Habe ich. Vielleicht... Warte, hä? Habe ich nicht? Habe ich den? Habe ich den? Ja, den habe ich. Kannst sagen, was ist die Frage? Ja, das war ne Frage. Habe ich den? Ja, den habe ich. Mal ausbehalten. Nochmal. Ich war drauf. Ich war nicht mehr drauf. Ah, hättest du drauf fangen können? Ja. Oder da. Oder da. Nee, nee, nee. Ich überspiele lieber euch beide nochmal. Picken. Äh, lutschen. Was? Ich weiß es nicht. Danke und seine Leute immer. Da. Ahaha. Jetzt geht's nicht mehr. Vad State! Ja. Da. Da. Ja. Da.